hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video bei wachtelfarm.com ja ein video das mich jetzt so ein bisschen drückt weil es mich beschäftigt eins vorab mir ist klar dass der ein oder andere mich gern besuchen möchte und sich ja auch gern die anlage mal live ansehen möchte und ich sage auch ich freue mich darüber weil es mir ganz einfach zeigt dass ein interesse da ist dass ihr mich auch gerne kennenlernen wollt aber und jetzt kommt das aber vorhin standen hier leute standen ein ehepaar ein älteres bei mir vor der tür ganz spontan genau zur mittagszeit punkt 12 waren sie hier und wollten sich meine anlage anschauen sie haben die videos gesehen oder einige videos gesehen und wollten sich das jetzt mal live anschauen halten selber ein paar wachteln und ja also ganz spontan mittags um zwölf ich habe gerade das essen für die kinder auf dem herd gehabt ich habe beide kinder zu hause die vierjährige hat schon gejammert dass sie hunger hat den zwölfjährigen hätte ich noch vertrösten können trotzdem dieses essen machen meine frau in telefonkonferenz und in der videokonferenz hier im home office also bin ich derjenige der das machen kann von daher oder machen muss von daher musste ich für den moment absagen und habe dann angeboten dann bitte gern am wochenende also spontan geht nicht ich bin berufstätig ich mache immer wieder klar dass die wachtelfarm nicht ausreicht für den lebensunterhalt dass ich das nebenberuflich mache das heißt ich bin auch oftmals gar nicht zu hause das war jetzt zufall dass ich zu hause war und ganz ehrlich wenn meine frau alleine zu hause ist sie hat von mir ganz klar gesagt bekommen dass sie dann hier niemanden reinlassen soll und auch niemanden in die stelle lassen soll das macht sie dann auch so das wird auch kein anderer machen einfach mal sagen naja dann will fremde leute die einfach spontan vor der tür stehen mal reinlassen ist nicht fällt aus die reaktion war dann nicht schön ich habe dann gesehen dass eine diskussion geführt wurde mit bösen blicken in meine richtung und ja wir sind extra 100 kilometer gefahren und man findet ja keine telefonnummer von ihnen dazu möchte ich mal ganz klar sagen meine telefonnummer werde ich nicht ohne weiteres öffentlich machen das hat auch ganz banalen grund genauso wie leute mich besuchen wollen wollen sie mich auch anrufen ich merke dass ich jeden tag ein zwei drei vier fünf e mails und anfragen von wachtelhaltern oftmals mit problemen aber ganz ehrlich es kostet weniger überwindung wenn man einfach mal reden will das telefon in die hand zu nehmen als sich ins auto zu setzen und irgendwo hinzufahren und es gab eine zeit da war meine telefonnummer öffentlich einsehbar und glaubt es mir wenn ihr beim arzt seid wenn ihr beim einkaufen seid und es gehen anrufe ein und es gehen im besten fall noch video anrufe per whatsapp ein und es ging dann gar nicht um dringende themen sondern die die leute wollten einfach nur reden und dann dauert so ein gespräch eine halbe stunde oder du bist gerade mit den kindern unterwegs und dann kommt ein video anruf rein und man will es jedem recht machen und dann lässt man sich auf das gespräch ein und sagt sich hinterher wozu dann mache ich meine telefonnummer nicht mehr öffentlich und ja da muss ich ganz klar um verständnis bitten und ich blende hier gern meine e mail adresse ein wer mich besuchen möchte schreibt mir bitte gern eine e mail und dann wird das ganze von langer hand geplant ich kann auch ganz kurz erklären warum von langer hand in der vergangenheit hat sich herausgestellt dass diese besuche meist anderthalb bis zwei stunden dauern es kann auch schon mal länger gehen und drei stunden sein und dann ist es so dass ich ganz viele fragen gestellt bekomme die ich beantworte und schlussendlich ja habe ich drei stunden oder bis zu drei stunden aufgewendet ohne ein ergebnis für mich außer dass ich dann einen fan oder abonnenten habe der glücklich ist und sich freut über dieses private persönliche gespräch was er hatte das soll nicht heißen dass ihr mir als abonnenten und fans nichts wert seid aber ganz ehrlich mein tag hat auch nur 24 stunden genauso wie eure ich arbeite auch nachts weil die 24 stunden am tag nicht reichen aber ja da muss ich einfach um verständnis dass dann solche besuchsanfragen von langer hand geplant werden und dann im besten fall gleich mehrere interessenten hier sind dass ich nicht fünf sechs sieben acht mal mir zwei stunden zeit nehme und in den zwei stunden immer dasselbe erzähle sondern dass man es dann einmal macht und alle glücklich sind also wie gesagt wer mich besuchen möchte bitte gerne per e-mail kontaktieren meine telefonnummer wird es nicht öffentlich geben aus besagten gründen und ja so ärgerlich wie das für das ehepaar gerade war und die diskussion war schon heftig und die bösen blicke die ich geerntet habe waren auch heftig und ja es tut mir leid dass ihr 100 kilometer umsonst gefahren seid aber nee den schuh ziehe ich mir nicht an den ziehe ich mir ernsthaft nicht an weil ich niemanden kenne der im nebenberuf im nebenerwerb irgendetwas macht und einfach mal so darauf eingestellt ist dass mittag um zwölf besucher vor der tür stehen die sich einfach mal was angucken möchten also seid mir diesbezüglich bitte nicht böse es ist einfach nicht zu machen wenn die wachtelfarm hier ein haupt erwerb wäre dann ist das sicher ein thema wo man sagen kann okay da haben wir eine feste adresse da kannst du hinkommen da wirst du mich mit sehr sehr großer wahrscheinlichkeit antreffen und dann kann ich mir auch ein paar minuten zeit nehmen und genau das ist nämlich wir die diskrepanz wenn es ein haupterwerb wäre hätte ich doch aber auch den ganzen tag mit den wachteln und mit der pflege der wachteln und mit den stellen zu tun und habe da auch nicht einfach mal noch zusätzlich zwei stunden zeit für ein gespräch um alles zu zeigen ich kenne landwirte die haben rinderhaltungen schweinehaltungen auch da gibt es leute die sich dafür interessieren und sich das anschauen wollen aber da gibt es dann auch feste termine da werden termine abgesprochen und schlussendlich ja ist dann einmal im monat ein tag der offenen tür oder oder alle zwei monate sind dann besuchergruppen mal zugelassen aber halt in der gruppe und nicht 10 15 25 leute die alle einzeln kommen und sich alle einzeln das anschauen wollen und ihre persönlichen privaten fragen stellen wollen also wie gesagt ich habe einen hauptjob ich habe die wachtelhaltung noch im nebenerwerb aber selbst wenn ich sie im haupterwerb hätte wäre die zeit gar nicht gegeben für jeden tag spontan mal leute in empfang zu nehmen ich freue mich über jeden der mich besuchen möchte aber bitte bitte die e mail adresse nutzt sie schreibt mich an seid bitte nicht böse wenn dann solche sachen von langer hand geplant werden wie gesagt wir sind auch gerade in zeiten von corona wo solche treffen sowieso nicht ohne weiteres erlaubt sind da müssen wir uns dann auch irgendwo an verordnungen halten damit hier nicht schlussendlich die polizei vor der tür steht oder oder es irgendwelche anderen probleme und repressalien gibt ich freue mich über jeden der mich besuchen möchte ich freue mich über jeden der meine telefonnummer haben möchte aber ihr werdet sie nicht bekommen und ja bitte seht mir nach und an das ehepaar das vorhin hier vor der tür stand ich kann die enttäuschung verstehen ich finde es dann aber schade wenn enttäuschung in ärger umschlägt und ich dann derjenige bin der diesen ärger abbekommt und ja ich habe ein angebot gemacht ich habe gesagt wir wiederholen das gerne am wochenende wenn die entscheidung getroffen wird wir fahren diesen weg nicht noch einmal dann nehme ich diese entscheidung zur kenntnis aber mich dann böse anzugucken und mir gegenüber böse zu reagieren ist dann auch nicht der richtige weg und wie gesagt diesen schuh ziehe ich mir auch nicht mehr an ich glaube ich möchte jetzt erzählen wir auch nicht mehr an Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020